Hi, ich bin der Felix und hier erfährst du alles rund ums Thema Hypnose und wie man damit an sich und den eigenen Themen arbeiten kann. Und immer wieder werde ich gefragt, wie läuft das eigentlich ab, wenn ich so eine Hypnosebegleitung in Anspruch nehmen möchte. Der erste Schritt wird immer sein, dass du dich bei mir meldest für ein unverbindliches und kostenfreies Gespräch. Dafür kannst du dir ganz einfach einen Termin buchen auf meiner Website www.hypnose-felixklinkert.de. Den Link findest du auch unten in der Infobox. Wir würden dann erst mal miteinander sprechen zu dem vereinbarten Zeitpunkt. Du kannst mir alle deine Fragen stellen, mich ein bisschen kennenlernen, mal meine Stimme hören. Und es ist auch ganz wichtig, dass wir ein paar grundsätzliche Fragen klären würden. Es gibt ein paar Voraussetzungen, die einfach erfüllt sein müssen dafür, dass man verantwortungsbewusst mit Hypnose zusammenarbeiten kann. Wenn es grundsätzlich alles passt, dann würden wir uns noch mal zu einem intensiveren Gespräch verabreden. Entweder eben online, über Zoom oder auch direkt vor Ort. Wir würden da wirklich ganz intensiv in dein Thema reingehen und uns auch gemeinsam tief in die Hypnose einarbeiten. Gucken, was macht in deinem spezifischen Fall Sinn und da gemeinsam für dich wirklich einen individuellen, maßgeschneiderten Fahrplan für deine Begleitung ausarbeiten. Und wenn sich das für dich gut anfühlt, dann kann deine Übungsbegleitung beginnen. Und wenn es ein Thema gibt, bei dem du dir vorstellen könntest, dass du da gerne mit Hypnose daran arbeiten möchtest, dann melde dich gerne bei mir für so ein Gespräch. Den Link findest du wie gesagt unten in der Infobox. Bis dahin, ich freue mich auf dich. Dein Felix von Ihnen